Hyon. Ritia, du lebst. Wo sind wir, Hyon? Der Sturm hat unser Schiff zerstört. Und die Brandung hat uns hierher geworfen. Warum rufst du nicht unseren Freund Oberon? Ich habe das Horn verloren. Aber ich will vom nächsten Hügel ausschauen. Vielleicht wohnen Menschen in der Nähe. Oder ich bringe Wasser und Früchte. Ich habe das Horn verloren. Ich habe das Horn verloren.